Der Superstar Sadio Mane, der hat seine erste Trainingseinheit hier an der Säbener Straße beim FC Bayern hinter sich gebracht. Ganz zur Freude von Julian Nagelsmann, der hat den Neuzugang hier in Empfang genommen und sehr, sehr gute Aktionen von ihm schon gesehen im ersten Training. Mane, der war sehr, sehr giftig gegen den Ball, hat sich viel Applaus dafür auch von seinen Mitspielern abgeholt, hat auch mit dem Ball einige gute Aktionen gehabt, Tore erzielt, Tore vorbereitet. Die Fans in dem Zaun, die haben gerufen, Mane, ich will ein Trikot, Mane, ich will ein Kind von dir. Also der Superstar, der ist hier sehr, sehr gut empfangen worden. Ein paar andere Nationalspieler, die sind auch schon wieder zurückgekehrt. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala zum Beispiel. Noch nicht dabei waren Thomas Müller, Leroy Sané, Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Lukas Hernandez und Robert Lewandowski. Die werden am Dienstag erst zurück an der Säbener Straße erwartet und dann, dann geht die Vorbereitung auf die neue Saison richtig los.